hallo ihr lieben herzlich willkommen bei meiner rezepte heute habe ich wieder ein super leckeres peter rezept für euch bei diesem peter ist die füllung einmalig geworden das müsst ihr unbedingt ausprobiert haben kommen wir dann auch gleich zu den zutaten dazu für den teig brauchen wir 250 milliliter wasser 50 milliliter öl 100 gramm joghurt ein päckchen trockenhefe 1,5 teelöffel salz 1 esslöffel zucker 100 milliliter milch und so ungefähr 500 gramm mehl ich habe erst mal das wasser die trockenhefe und zucker in eine rührschüssel hinein gegeben vermischt und sieben minuten gehen lassen nach zehn minuten habe ich diese mischung in meine küchenmaschine hinein gegeben dann nach und nach die restlichen zutaten hinzugefügt und den teig vorbereitet ihr könnt den tag natürlich auch in der schüssel selber mit den händen kneten dann habe ich den teig wieder in die schüssel hinein gegeben mit frischhaltefolie abgedeckt und an einem warmen ort ungefähr eine stunde gehen lassen und in der zwischenzeit habe ich die füllung vorbereitet ich habe erstmal eine große zwiebel in öl angebraten dann brauchen wir ein kilo frischen spinat den spinat habe ich gewaschen und klein geschnitten ein bisschen salz darüber gegeben und dann mit den händen einfach ausgebringt also das wird gar nicht gekocht dann habe ich die zwiebeln hinein gegeben die ich angebraten habe 100 gramm geriebene käse und 100 gramm gorgonzola käse das ganze wird einfach miteinander vermischt mit dieser käse mischung wird das richtig super lecker lasst bitte gorgonzola nicht aus dann könnt ihr die füllung mit salz und ein bisschen chile pulver abschmecken der teig ist schön gegangen aus dem teig habe ich bällchen vorbereitet meine bällchen waren so groß wie eine apfelsine könnt ihr sehen wie schön der teig geworden ist ich habe erstmal die bällchen vorbereitet die bällchen werden dann reichlich mit der füllung gefüllt und dann wieder zu einer kugel geformt leider hat hier meine kamera gestreikt ich habe gar nicht gemerkt dass ich diese stellen nicht aufgenommen habe deswegen habe ich euch jetzt eine stelle von einem anderen rezept mit hinzugefügt was genauso fast ähnlich zubereitet wird also ihr könnt die bällchen einfach mit den händen ein bisschen andrücken dann gibt ihr die spinat füllung hinein und dann wieder zu einer kugel formen und umdrehen so könnt ihr dann alle bällchen schon mal vorbereiten und beiseite legen das tut mir wirklich leid dass ich diese stellen nicht aufnehmen konnte aber zum glück hatte ich noch ein ähnliches rezept so dass ihr das sehen könnt jetzt werde ich die bällchen die ich ja gefüllt habe mit einem nodelholz leicht andrücken und oval ausrollen dabei vorsichtig sein dass die füllung jetzt nicht raus guckt immer vorsichtig andrücken ganz leicht dann habe ich den teig mit den händen noch mal ganz leicht angedrückt und die seiten mit einer gabel geformt aber wie nennt man das also ihr müsst das nicht machen aber so sieht das natürlich optisch auch sehr gut aus ihr könnt alle bällchen auch schon mal so vorbereiten und beiseite liegen aber nicht vergessen mit einem küchentuch abzudecken damit sie euch nicht austrocknen und die arbeitsplatte würde ich dann auch reichlich mit mehl bestreuen sonst bleiben sie ich habe meine pietes dann auf ein backblech gegeben welches ich mit backpapier ausgelegt habe die werden dann jetzt im vorgeheizten ofen bei 220 grad gebacken ich bestreiche kein eigelb oder joghurt nichts ähnliches es wird einfach so gebacken meine ersten pietes raus aus dem ofen jetzt bestreiche ich die mit butter dann kann man das warm servieren übrigens könnt ihr die auch in eine pfanne backen ich zeige euch noch mal wie die von innen aussehen also die sind richtig schön weich geworden und die füllung ist einmalig kann ich nur sagen ich hoffe natürlich dass euch auch dieses rezept gefallen wird euch wünsche ich viel spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten video